es gibt was neues von juhl den crown export und den schauen wir uns heute mal gemeinsam an leute dampf für sie mir heute mit einem review zum crown export aus dem hause juhl wir haben ja endlich wieder ein dl pot gerät und das ganze kann maximal 60 watt im innern das akku mit 1500 milliard per stunden und in die tanks hier oben passen über fünf nämlich insgesamt 5,3 milliliter an liquid rein das ist eine menge und wird die dm dampfer da draußen sicherlich freuen wir gehen runter auf den tisch dann schauen wir uns mal was da so alles mitkommt und dann sind wir gleich wieder zum fazit also heute wieder dranbleiben spannend ok first things first jamba also die verpackung des juhl x crown kids auf der rückseite sehen wir einige der features und das was mitkommt machen was ganz normal auf dann finden wir hier im innern einmal das pot system selber und dann noch so ein bisschen zubehör zum einen bekommen wir hier einen ersatzcoil mitgeliefert ein form schönes und sehr kurzes usb c ladekabel und natürlich auch ein handbuch ja ja das gerät aus der nähe ich drehe das mal für euch ist schon dicker brummer geworden vielleicht halte ich es einfach mal eben kurz neben normale kalibern dann sieht man das vielleicht so ein bisschen also wir sind hier schon so ein bisschen dicker breiter und so weiter unterwegs wir haben jetzt hier eine gesamtlänge von 113 mm eine breite von 30 mm und eine dicke von fast 20 mm das ganze wiegt 86 gramm was für ein pot system eigentlich schon recht schwer ist das liegt aber auch daran dass hier im inneren ein akku drin steckt der 1500 mAh an kapazität hält und dem gerät eine maximale ausgangsleistung von bis zu 60 watt beschert in die pots die mitkommen das sind auch keine normalen die sind so ein bisschen größer passt jetzt 5,3 milliliter an liquid rein und hier kommen wechselcoils zur verwendung die schauen wir uns auch gleich noch mal ein bisschen genauer an hier kommt nämlich die 0,3 und die 0,6 ohm variante mit dabei die 0,3 ohm variante ist hier im gerät auch schon eingelegt die 0,6 liegt als ersatzteil noch mal mit dabei so wie immer fangen wir hier oben mit dem pot an hier mal der größenvergleich mit dem pot aus der g3 jetzt hier mit den neuen exports auch die sind wesentlich größer wie gesagt 5,3 milliliter passen hier rein hier ist im auslieferungszustand wir so eine schutzfolie darunter die müsst ihr natürlich entfernen und darunter findet ihr dann auch die eigentliche goal wie gesagt die eingebaute ist dann hier die 0,3 ohm variante man kann ja einfach so mit dem fingernagel darunter greifen dann kann man die rausziehen die sind jetzt auch ein bisschen größer und länger geworden wir haben ja ganz viele ohrringe natürlich das ganze auch abdichten sollen den jeweiligen widerstandswert findet ihr auch hier drunter und die 0,3 ohm variante kann man zwischen 40 bis 45 watt befeuern hier sitzt im inneren wieder ein klassischer ausgestanzter meschstreifen weiß nicht ob ihr das so ein bisschen erkennen könnt da unten und dann kommt noch die 0,6 ohm variante mit die kann man zwischen 20 und 25 watt betreiben und auch hier im inneren klassischer meschstreifen verbaut wenn wir jetzt von oben reingucken sehen wir auch dass der innendurchmesser von der 0,6 ohm coil so ein bisschen kleiner ist als der von der 0,3 ohm die ist dann halt für open draw geeignet und die 0,6 ohm dann so für restricted draw wenn ihr das ganze in betrieb nehmen wollt solltet ihr vielleicht hier am anfang auch schon mal so ein paar trüppchen liquid rein machen das hilft damit die coil auch so ein bisschen schneller einsatzfähig ist und sich die batte im inneren schon mal so ein bisschen mit liquid versorgen kann und beim einlegen der coil solltet ihr aber achten dass wir hier so abgeflachte kanten haben das also nicht komplett rund man muss die coil also hier so ein bisschen ausrichten einmal oben feste drauf drücken und dann sitzt das ganze hier richtig drin zusätzlich zu den beiden kontakten die ihr seht ihr das ganze mit strom versorgen haben wir hier noch so neodynmagneten und dann haben wir zwei wirklich sehr große löcher hier kann dann die luft von unten zur keul gelangen befüllt wird hier wieder durch so ein silikonpuppel hier könnte mit dem fingernagel einfach so ein bisschen an der seite dran gehen dann kann man das ganze anheben und dann könnt ihr den pot hier mit eurer liquidflasche befüllen füllung ist groß da solltet ihr mit allen gängigen flaschen einfüllen können 5,3 milliliter sind eine menge dann können wir das ganze hier wieder verschließen und so wie immer sollte das eure erste befüllung sein dass das ganze noch mal so fünf bis zehn minuten stehen dann seid ihr auch sicher dass die watt im inneren sich komplett mit liquid versorgt hat wenn wir noch so ein minz strich der soll andeuten dass man unterhalb dieses striches auch so langsam mal wieder befüllen sollte das gute hier beim pot der ist auch von außen sichtbar wir haben hier so ein fensterchen da können wir von beiden seiten durchschauen und das ist auch so transparent dass man hier den liquid stand eigentlich immer ganz gut auch erkennen kann das heißt wenn der hier so in der mitte ist sag ich mal von dem fensterchen dann solltet ihr so langsam nachfüllen ja hier noch ein kurzer blick auch in die aufnahme dort im inneren nicht viel neues wir haben jetzt zwei goldenen kontakte die sind gefedert die versorgen das ganze mit strom auch hier mal wieder zwei magneten die den pot im inneren halten dann haben wir hier so ein kleines löchlein was ja noch mal so eine umrandung hat dahinter sitzt der sensor der dafür sorgt dass wenn wir am gerät ziehen das ganze automatisch auslöst und dann haben wir hier noch so eine öffnung da geht es runter zur air flow control hier können wir nämlich dann auch noch mal den zug widerstand einstellen hier haben wir wieder so einen kleinen schieberegler dadurch dass wir diese öffnung hier vergrößern oder verkleinern können wir den zug widerstand uns entsprechend einstellen wenn wir lange genug gewartet haben können das geht natürlich auch einschalten 1 2 3 4 5 auf den feuertaster dann sehen wir hier eine kurze begrüßung hier hat jubel werbung damit gemacht dass jetzt hier so ein tft display zum einsatz kommt was noch mal so ein bisschen besser das ganze darstellen soll generell sehen wir jetzt hier im display einmal dass wir im watt modus sind mit eingestellten 45 watt das heißt hier ist auch wieder so eine art smart modus der guckt welcher widerstand ist da das ist jetzt hier die 0,3 um call und dann entsprechend auch mal die leistung hier einstellt wir können hier drunter sehen dass der akku gerade voll geladen ist das wird uns hier auch angezeigt und hier drunter haben wir dann eine anzeige zum beispiel werden wir feuern dann mit wie viel volt das ganze passiert wir sehen den eingemessenen widerstand darunter haben wir einen puff counter und dann sehen wir hier die zuletzt gedampfte zeit also die zugdauer und wir können zum auslösen entweder hier den feuertaster benutzen oder wir nehmen gleich die zugsteuerung dann seht ihr hier unten das kleine symbol mit dem a in der mitte das ist für die locking funktion die dieses gerät hier hat da haben wir drei optionen das a ist der automatik modus da funktionieren feuertaste und zugautomatik dann können wir zweimal auf den feuertaster drücken um zu wechseln 12 dann sehen wir lockt hier dann funktioniert der feuertaster nicht mehr aber die zugautomatik und ich nochmal zweimal hier drücke 12 dann funktioniert nur noch der feuertaster und die zugautomatik nicht mehr das ganz hilfreich für die leute die keine kondensprobleme haben wollen und die zugautomatik nicht benutzen wollen können sie dann hier das ganze auch nur mit dem feuertaster betreiben und die zugautomatik hier ausstellen was er gut finde und ja das ist auf jeden fall eine neuerung die ich hier begrüße aber bei dem gerät natürlich auch die leistung einstellen 1 2 3 mal geklickt dann sind wir wie das hier in der mitte blinkt und man könnte ihren einzelnen schritten durch die einzelnen bereiche durchwandern von 5 bis 60 watt wäre das bei der 0,3 ohm call und wenn ihr die 0,6 ohm call einlege ich dann könnt ihr zwischen 5 und 25 watt hier einstellen testet es mal aus was euch da am besten schmeckt ich lasse das hier mal bei 45 watt für mich stehen und als allerletztes noch wenn ihr den puff counter zurücksetzen wollt 1 2 3 4 mal geklickt dann wird das ganze hier unten wieder auf 0 gestellt das zu dem bedienen und einstellmöglichkeiten und dann haben wir unten am gerät natürlich noch ein usbc anschluss über den könnt ihr das gerät laden 1500 milliampere stunden sind hier im inneren da braucht man schon so ein bisschen länger wir haben zwar hier 2 ampere fast charging aber so eine stunde würde ich ja schon mal einen planen wenn das gerät einmal komplett leer ist braucht das dann schon wenn es dran hängt damit es komplett voll ist gut und dann würde ich sagen haben wir unten auch erstmal alles gesehen und gehen so langsam mal wieder nach oben und kommt zum fazit also bis gleich so da bin ich wieder ja ihr habt gesehen kein klassisches pot system in dem sinne weil es ist auf jeden fall ein bisschen größer als so die gängigen modelle man sieht es halt wenn man jetzt hier eine standard kalibre mal daneben hält die kalibre ist so ein bisschen paar millimeter zwar länger aber dick und breite sind hier schon ein großer unterschied hier im inneren sitzen aber auch 1500 milliampere stunden an akkukapazität und in die tanks passt 5,3 milliliter an liquid rein das gab natürlich so ein bisschen mehr reichweite vor aber wir sind hier ganz klar im dll bereich es gibt eine 0,3 und 0,6 ohm coil direkt mit dabei optional auch noch eine 0,15 ohm coil wobei die fällt eigentlich raus weil das gerät hier maximal 60 watt liefern kann und die 0,15 ist dann schon für höhere leistung vorgesehen vom zugwiderstand sind wir ja auch hier im offenen bereich mcl auf gar keinen fall aber dafür restriktur bis open draw eigentlich alles möglich und da auch sehr geschmackvoll ich bin jetzt hier mit der 0,3er coil und 45 watt unterwegs das gerät lässt es auch noch zu das ganze auf 60 watt hoch zu stellen da sollte man aber keinen chainwapen damit machen weil dann irgendwann natürlich die coil auch trocken läuft der hersteller sagt so bis 45 watt und den bereich betreibe ich die jetzt hier auch dann kann man ruhig auch viele züge hintereinander machen dann ist das dementsprechend kein problem wir sind sehr geschmackvoll unterwegs ich habe mir jetzt hier wieder eine dm mischung rein mit wenig nikotin das ist hier von the barber das heritage das ist ein klassischer eiskaffee mit so ein bisschen vanille eis und so ein bisschen cooling auch im hintergrund und kommt hier sehr geschmackvoll aus ich habe schöne kaffeenote ich habe die vanillenote mit dabei also geschmacklich passt das bei den calls und wir haben hier die auswahl halt mit 0,3 0,6 wenn er mehr so auf höherem zugwiderstand geringere leistung steht dann wird er wahrscheinlich der 06 umgeul hier besser unterwegs sein das ganze ist so ein bisschen auch dann letztes jahr war ja die luxia entsprechend so ein erfolgsobjekt in dem sinne schließt hier so ein bisschen an ähnliches gerät die ist natürlich noch mal ein bisschen dicker hat auch glaube ich noch mal 500 milliampere stunden mehr also da habe ich noch mal ein bisschen mehr akkukapazität aber ist ein ähnliches gerät vom verhalten her von der größe her vom zugverhalten her so ungefähr in die richtung geht das hier mit dem crown x wir haben hier ein chipsatz mit dem auch nur so ein paar sachen einstellen kann was ich jetzt hier als nettes feature fand war die neue locking funktion also wir können jetzt nicht nur den schalter ausstellen und blockieren und locken sondern wir können jetzt hier auch sagen entweder nur schalter oder nur zugautomatik das ist ja was wo das hier sehr gut gepunktet hat bei mir weil das hatte keine zugautomatik und wenn man so gerät ohne zugautomatik dampft hat man natürlich auch weniger probleme mit kondens und gerade bei den ganz offenen systemen wo man mit hohen leistungen unterwegs ist hätte man in der regel auch mehr kondens und hier kann man halt nur mit dem schalter dann auch dampfen und kann dann bevor man aufhört zu ziehen auch schon den schalter loslassen und hat dann weniger kondens probleme also auf jeden fall option die hier gut funktioniert ansonsten habe ich natürlich die möglichkeit die leistung zu verstellen und habe noch so ein paar anzeigen ja passt für mich soweit das display soll jetzt noch mal irgendwie was neues sein da haben die extra gesagt das ist so ein tft display ist ja man kann ja alles ganz gut lesen aber das ganze hier unten da braucht man wieder auch dann eine brille für also passt von farben her und so weiter die airflow control hatte ich bei mir jetzt eigentlich mal die ganze zeit komplett offen weil ich das als offenes gerät hier wahrnehmen man kann natürlich auch hier wesentlich restriktiver gehen wenn ich jetzt komplett schließe wenn ich vom zug widerstand natürlich wieder so ein bisschen im mtl bereich aber da weder die coil und der rest dazu passt ja würde ich sagen gerät auf jeden fall für restrikte dort oben drauf ja aber gefällt und ich glaube sicherlich dass der eine andere der eltern von da draußen der mit den klassischen potzier bei juwel bisher nicht zufrieden war hiermit auf jeden fall alternativen hat mit der man sich ganz gut bewegen konnten ja gut das wäre es aber auch von mir heute zum crown export von juwel wenn ihr noch fragen haben solltet dann packt sie gerne und in die kommentare wenn es euch gefallen hat macht gerne daumen hoch und ansonsten so wie immer wünsche ich euch ganz viel erfolg beim umstieg und weiterhin viel spaß beim dampfen und sagt tschüss bis zum nächsten mal eure dampfurke ciao Bis zum nächsten Mal.